oder alarm in fight naja ich muss erst mal stoppen du musst erst mal stoppen ja dann starte mal das stört mich beim dosenmusizieren es geht los im falschen fenster auch noch targeting noch nicht mal das richtige fenster aufhören kannst du ein match beizutreten ja dann bin ich ja jetzt mal gespannt ich würde sagen wir machen zwei medium ein überlegen mit was ich ich nehme die sowjetunion in klassischen wir nehmen mal zwei fragezeichen teams ja 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 pack den da hin wo ich noch heute strecken ja ich habe richtig getrunken 10.000 ich habe jetzt nicht nach den regeln geguckt stört ja hoffentlich nicht ja wird schon schief gehen mehr als verlieren können wir nicht ha medium ai dürfte aber machbar sein problematisch wird es dann wenn das geld ein bisschen ausgeht da hat er zu sehr melde mich wie befohlen hier einsatzfahrzeug neue bauoptionen fack gebäude brauchen wir stehen wie ähnlich ja in ordnung konstruktion abgeschlossen neue bauoptionen wird gebaut bestätigt ja da ist das herz bestätigt 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 melde mich wie befohlen in ordnung hier einsatzfahrzeug bestätigt ein loch spülen sehr schön ich habe meine ressorten gefunden bestätigt 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 melde mich wie befohlen bestätigt 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 in ordnung neue bauoptionen neue bauoptionen neue bauoptionen erwarten ihre befehle in ordnung in ordnung also du bist auch schon kräftig am erkunden in ordnung ja das schöne ist ja dass sich hier das sich stark überschneidet wird gebaut in ordnung konstruktion abgeschlossen ein gebäude verkauft Panzerfabrik hier einsatzfahrzeug in ordnung ja in ordnung erwarte ihre befehle in ordnung in ordnung ja ja Panzerfabrik habe ich auch gerade bestätigt in ordnung ja in ordnung ich steh dich kommen wir nochmal zu dieser zur gruppen hier einsatzfahrzeug konstruktion erwarte ihre befehle ja ja in ordnung wir brauchen sie los äh 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 radar brauchen wir noch bereit zum einsatz dringend ich will schnellstens meine kostenlose einhandy achso ne sofort Fahrzeug kommt zurück ich habe ja jetzt vormenning bestätigt bereit zum einsatz einheit bereit ich verheizen wird gebaut sehr gern den brauche ich nicht mehr jawohl bis dahin mal schauen jawohl da konstruktion abgeschlossen erwarte ihre befehle in ordnung sch so was brauchen wir denn als nächstes ist ist das ist doch ein schönes spielzeug zufag dann muss ich hier noch ein großkraftwerk bauen in ordnung bereit wird ship out konstruktion abgeschlossen in ordnung äh neue bauoption mal schauen was er aufdeckt er hat zumindest Raketen droppen das eine ist ein servieter also große rosen trupp und das andere ist ein ami trupp wird gebaut ähm der sender einheit bereit wird gebaut melde mich wie befohlen in ordnung bestätigt wird gebaut der eine hat gerade ein radar gebaut wird gebaut wird gebaut melde mich wie befohlen aber in ungefähr dreieinhalb äh dreieinhalb minuten oder so sehen wir das ganze gerade einheit 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 verloren einheit bereit wird bereit wird gebaut wird gebaut wird gebaut wird gebaut wird gebaut wird wenn sie los gebraucht werden wenn sie los gebraucht werden bauen wir erstmal zwei sammler und dann nochmal zehn Panzer was ich baue da ein ich baue da noch eine raffinerie jetzt will die raffinerien reichen doch ja aber mich kommt das günstiger wenn ich eine raffinerie baue und die dann wieder verkaufe wird gebaut außerdem versuche ich ja gerade Konstruktion abgeschlossen mit der Basis ein bisschen voran zu bringen bereit zum Einsatz in Ordnung ein paar löschert sie sichern bereit zum Finanzmittel da in Ordnung jawohl hier Einsatzfahrzeug überhaupt gucke mal was ich da als erstes was ich da lustiges raus gelassen habe guck mal ob der Flugabwehr hat hier Ziel wählen so Ziel wählen mal schauen was er da so lustiges hat ob vielleicht können wir da was ach ja hu interessant guck mal ah der hat ein bisschen Flugabwehr ah ich setze jetzt mal ein paar Truppen bei dem ja ja hier hat er sofort zu zu Aufklärungsjob erledigt Einheit verloren Konstruktion abgeschlossen ich brauche erstmal ein Großkampfwerk ja Energieniveau kritisch ja ja ich brauche die scheiß Power ja bei mir ist das gerade ausgegangen zu ja ich hab ich hab noch gerade so 490 von 500 aber will ich noch ein paar Konstruktion aber will ich noch ein paar Helipads pflanzen brauche ich noch ein bisschen Strom Einheit bereit wird gebaut ja sie hört so Karte dürfte gleich fertig sein Konstruktion abgeschlossen oh oh guck mal in die ganz linke Ecke ganz links oben schick ja jetzt hab ich noch ein Spionage Flugzeug das ich nicht brauche mit dem ist das ein 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 kann wie ich hatte mich vorher vor jetzt hier vorne mal mit Tesla QUR amen zu fangen nee direkt neben dir kann ich nicht rein seins hätte ich mich noch ein paar die Wind hergestellt aber so konstruktion abgeschlossen Einheit bereit, wird gebaut. So, ich probiere mal, aktuell nennt ihr die Mig-Kreis. Wird gebaut. Ja, Sir! So. Ihr seid mal Gruppe 1. Und dann gehen wir mal ein bisschen Gegner ärgern. So, die Mig schießen. Sollte ziehen. In Ordnung. Auf nen gelben Sammler. Nein, ist zurückfliegen. Dann eben auf den grünen hier, ist mir auch scheißegal. So. Wir bauen noch ein paar Mig-Kreis. So, ne, wir brauchen erstmal noch ein paar Fliegerzeuge. Ein paar Landefelder. Ziel wählen. So, ne, grandioser Idee. Ah ne, da fängt an sich zu bewegen. Wer fängt an sich zu bewegen? Ah ne, da hat mich da ignoriert, meine Soldaten. Scheiben. Oder? Ne, ich ignoriert sie nicht. In Ordnung. Jawohl. So. Ja, verdammt, jetzt hab ich mich gehört. Kaplui! Natürlich. Ähm. Hahaha. Hallo. Hallo, ich für meine, ausgereischt, um meine paar Männe-Kiekse zu retten. Wird gebaut. So, jetzt bauen wir davon. Oh, ich brauch keine Mammuts mehr. Gewundert, dass sich das Geld sterbelt. Ja, Sir. Einheit bereit. Hier ein paar von seinen Sammlern ärgern. Abgeschlossen. Zu. Warte. Muss mal eine Verteidigung übernehmen, ich geh jetzt nicht Sammlern ärgern. Aber wir überhehle. Bestätigt. Zu. Melde mich, wie wir wohl bestätigt. Und er hat ein Gebäude weniger. Er ist das erste Mal angekloppen. Der Kraftwerk. Ach das. Kraftwerk ist ja nutzlos. Greif lieber, um den Produktionsstätten an. Ah, ne, das war jetzt erst mal... Ich hab noch aufs letzte MIG gewordet. Mal schauen, ob's für den Bauhof reicht. Du greifst einen gelben Bauhof an. Ja. Da greif ich mit an. Ein Heli, ich brauche nur bis länger. Ja, hat nicht ganz gereicht. Aber der Gelbe hat schon mal keinen Bauhof mehr. Ah, das ist schön. Ja, mein. Ich greif gerade den Dienstpunktbauhof an, den Grünbauhof an. Wenn dein Mix voll ist, dann kannst du dich dann mitverfüllen. Unzureichende Finanzmittel. Wird gedauert. Ja, Sir. Beschlimit. Hint auf. Hint auf. Oh, es wird auch nicht mehr. Ja, jetzt... Greif ein, äh, greif der Waffen vor Brigaden. Ja, ja, bin gerade dabei. Ja, ich bin ganz gereicht. Ich bin auch dabei dabei. Fragt zurück. Oder zerstör, äh, möglichst viel von den beiden Basen. Ja, ja, verkürft jetzt zu, nachher, schnarrt, äh. Äh, gibt ein Problem. So lange wie er einfach noch hinten hat. So. Komm mal. So, damit wir... ...waffen vor Brigaden. Einheit für Brigaden. Abkürt. Bestätigen. Besteh nix Besteh nix Öh, mir hat es in den Wicken zerschöss Besteh nix Verloben Einheit verloben In Ordnung Einheit verloben Besteh nix Einheit verloben Besteh nix Also zumindest der Gelbe kann noch die Ecken bauen Ja, in Grün Habe ich jetzt aber fast erledigt Der steht klein unter Türmen Einheit verloben In Grün kannst du jetzt ignorieren Zureichende Finanzmittel Einheit verloben Ich gebe mir jetzt ne Waffen vertrekern Gestoppt Dann ist Dann ist der nämlich auch egal Abgebrochen Einheit bereit Melde mich wie befohlen Bestätigt Ja, Sir Ach, Schmidt Ach so, der hat Vor allen Dingen, der hat Habe ich keine Luft Er hat eh keine Luftverteidigung Er hat eh keine Luftverteidigung Ich hab die Paracke platt gemacht Ja, Frau Platt Jetzt hat er eine mobile Luftverteidigung Drei Drei Knöpse oder so Nein Was platt gemacht Der Grüne hat aufgegeben In Ordnung Der Grüne hat aufgegeben Der Grüne hat aufgegeben Jawohl Jawohl Mein Job, Louis Jawohl Mein Job, Louis Und dann ist scheißegal Ja, Sir Dann kann man nämlich keine Truppen mehr packen In Ordnung Äh Jetzt hausverköft Ja Ja, Sir Einheit Sehr gern Wird gebaut Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Robben Jawohl In Ordnung Ja, Sir In Ordnung In Ordnung In Ordnung Sofort Einheit Einsatz erfolgreich Äh Werden geladen So Was Horst mal noch mal eins Ja, Horst In Fight Äh Passport Ja, oder? 8-8 8-8-7-8 8-7-8 8-7-8 Örschleckern Machen wir mal mit Äh Machen wir mal mit Äh Machen wir mal 4 Teams All So Alles Medium AI hier Hm Was hätt ich mich denn jetzt Ich hab mich ganz oben in der Rechtecke gesetzt Äh, ja gut, ich setz mich da hin Den 2 Den 2 Den 3 Den 3 Und den 4 Die machen wir alle zufällig Das ist lustiger Du willst bestimmt weiter Sowjets spielen Ich bin Sowjetisch Oder Deutsch Komm Alli Ich bin Alli Arzt Kannst du ein bisschen hochschrauben Ich mach mal auf 3 Äh Ach, jetzt sind der Bildungsschlageeinheiten mit dabei Ja Ja So Dash Level Max Gamespeed Normal Das sollte reichen Hm Mbf nur 1 Das braucht er nicht Das brauchen wir nicht Gut Dann bin ich Raddy Rettich? Ja, Rettich zu rumpeln Rettich zum rumpeln Rettich zum rumpeln Genau Rettich zum rumpeln Rettich zum rumpeln